Jojo-Gang, was geht? David am Start hier für euch. Heute geht's um die Kinder der Superreichen. Und die sind nicht so, zu Weihnachten gibt's bei uns Hummer statt ganz rich, sondern eher so Wall Street PewDiePie Industrial Empire rich. Das Fliegen an sich, es geht vom Preis, es ist nicht so toll. Probleme regelt nicht Papa Arafat mit Schellen, Probleme regelt Daddys schwarze Amex. Aber auch die Kinder der Superreichen haben es nicht immer leicht. Man munkelt sogar, dass sie sich trotz Daddys Kreditkarte, trotz besten Kontakten zu Wirtschaft und Politik, trotz Millionenerbe, das so gut wie gar nicht versteuert wird, nicht alles leisten können. Dabei will man doch so viel. You can always get a better something. Ja, du kannst immer, ne? Two good gods! Erstmal dickes Shoutout an die Macher der Doku, die Wahrheit übers Erben, Link ist in der Beschreibung. In der Doku werden unter anderem drei Privatschulinternatsfreunde auf einem kleinen Wanderausflug begleitet. Dabei erzählen sie von ihren Alltagsstruggles. Ich glaube, ich habe irgendwie 300 Paar Schuhe. Da habe ich ein Problem mit Sneakern, habe ich ein Problem. Ich lasse mir Sneaker teilweise customizen und machen und handbemalen und so. Die sind auch super cool, aber dann stehen die nur zu Hause rum. Ja, weil ich sie nicht anziehen will. Wait, 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 wait. Sorry, aber die Bridge, die müssen wir einfach mitnehmen. Es geht zwar nicht um Sneaker, aber auch um super coole Klamotten, die man vielleicht sogar tatsächlich anziehen will. Wer weiß. Kommen wir kurz zum Culture Culture Winter Drop. Am 12.12. um 16 Uhr gibt es neue Klamotten auf cultureculture.com. Tragt euch gerne in unsere Newsletter für Early Access ein und folgt uns auf Instagram unter atculturecultureclaw für weitere Infos und mehr Bilder der Items. Und jetzt zurück auf den Berg. Natürlich können die drei nichts dafür, dass sie viel geerbt haben und in einer Welt groß geworden sind, mit der viele von uns nichts anfangen können. Es ist aber einfach sehr, sehr witzig, wie lost und überfordert sie mit einer, sagen wir mal, ziemlich einfachen Frage sind. Gab es schon mal was, was ihr euch im Leben nicht leisten konntet? Klar. Auf jeden Fall. Safe. Wie herrlich unangenehm. Erst die felsenfeste Überzeugung aller Geringverdiener. Dass es auf jeden Fall Dinge gibt, die man sich nicht leisten kann. Dann die plötzliche Erkenntnis, dass man sich doch eigentlich alles auf diesem Planeten leisten kann. Dann der fragende Schuljungenblick zu den Freunden, als man merkt, dass man da nicht so einfach rauskommt. Und zu guter Letzt der Moneyboy-Move. Äh, was? Einfach so tun, als hätte man die Frage nicht verstanden. Und das alles mündet in einer unfassbar peinlichen Stille, als alle bis auf der Moderator merken, wie unfassbar reich und privilegiert sie sind. Einer von ihnen fasst dann aber seinen ganzen Mut zusammen und erlöst uns alle von diesem Moment. Interior things. Ah, ich krieg einfach wirklich Gänsehaut. Das ist so, als wäre man auf einer Beerdigung und dann fragt der Pastor, will jemand dem Verstorbenen noch ein paar letzte Worte mitgeben? Dann meldet sich einer und sagt, safe. Dann fragt der Pastor, welche denn? Und dann kommt sowas wie, sadness. Ja, das sind wirklich materielle Sachen. Material things, aber... Was denn zum Beispiel? Ähm, sicherlich. Also ich werde da jeden Tag mit konfrontiert, mit Sachen, die ich mir nicht leisten kann. Aber was willst du haben, was du dir nicht leisten kannst? Uff, es hört einfach nicht auf. Sie könnten auch einfach dazu stehen und sagen, ich bin reich und ich scheiß auf alles. Diesen 600.000 Euro Rolls Royce habe ich... von Mama und Papa geschenkt bekommen. Sehr, sehr, luckily werden sie wieder erlöst. You can always get a better something. Ja, you can always get a better car. Also ich meine... Es will einfach nicht aufhören. Einige von euch denken jetzt vielleicht, der Typ spricht ähnlich wie Jonas und ich kaum Deutsch oder wir machen uns über Ausländer lustig, aber nein, er kommt aus München. Er ist also nicht nur Deutsch, sondern unfassbar Deutsch. Die Anglizismen in dem Interview erinnern mich ein bisschen an das legendäre Interview von Young Huren beim Frauenfeld. Nur, dass Young Huren halt komplett drauf war und sein Englisch crispier ist. Ich meine, dann machst du morgens Instagram auf und plötzlich willst du alles haben in der Welt. Ja, man kennt's halt. Oh, was haben wir denn da? This needs to stop now! Entschuldigung, zurück auf den Berg für das Schlusswort. Es gibt einige, die eben diese Startvoraussetzungen haben. Dann gibt's andere, die müssen quasi von Null sich das selber aufbauen. Es gibt dir einfach mehr Chancen und du musst aber diese Chancen nutzen, um irgendwie zurückzugeben. Und irgendwie, mein Dad sagt immer, die Welt zu verändern. Du musst die Welt verändern. Hat er damals gemacht und ich werde das auch noch machen. So. Ich bin, ich bin einfach nur sprachlos. Was soll man dazu sagen, außer... An dieser Stelle nochmal danke an alle Beteiligten für dieses unfassbar lustige Gespräch. Sehr nice, dass die drei relativ offen mit ihrem Reichtum umgehen und einfach mal aus ihrer Perspektive erzählen, wie das so ist, unfassbar reich zu sein. Eine ähnliche Strategie verfolgen wir ja auch auf diesem Kanal. An dieser Stelle gehen Grüße raus an die Expedition, die letzte Woche in unseren Südflügel aufgebrochen ist, um Jonas Gucci Bandana zu bergen. Kommt uns bitte wieder gesund und munter zurück. So viel dazu. In der Doku geht es später noch um soziale und wirtschaftliche Ungleichheit. Außerdem darum, wie absurd die Erbschaftssteuer in Deutschland geregelt ist und warum sich da so gut wie gar nichts tut. Dazu haben wir euch neben der Doku auch ein paar Links in die Beschreibung gepackt. So liebe Gang, das war's mit diesem Video. Checkt am Sonntag um 16 Uhr cultureculture.com und folgt uns auf Instagram. Bis dahin, feiert gut, Case closed und... I need all the wins, yeah Pay no L's, I got to get in, no call and quits Yeah, gotta keep on movin' no matter how hard it gets Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this Let's go.